so oder so war wieder es geht gleich eiskalt weiter haben was soll ich du bleibst hier so das Mädchen ist sie am Leben welches Mädchen? ich kenne kein Mädchen fuck jetzt zieh mich an sie her ich hole dir die verdammte Kniescheibe raus das Mädchen sie lebt sie ist Davids neues Spielzeug wo? in der Stadt in der Stadt jetzt wirst du es mir auf der Karte zeigen es ist hoffentlich derselbe Punkt auf den dein Kumpel zeigt mach schon da ist es er bestätigt das es frackelt doch na los ich lieg nicht verdammte Scheiße Mann er hat dir doch alles gesagt von mir erfährst du einen Scheißdreck ist schon okay ich glaub ihm nein mach schon auf na los komm hör auf damit ich hab dich gewarnt ich bin infiziert ich bin infiziert ich bin infiziert wirklich und du auch stimmt sie hat ihn gebissen genau da roll den Ärmel hoch guck's dir an ich mach das Spiel mal mit jetzt geht schon wieder mein Telefon was hast du nochmal gesagt? jetzt geht schon wieder mein Telefon das gibt's doch nicht ich muss mal wieder Cut machen ach ja Arbeit ist schon was schönes sorry Leute ja nichts passiert ohne Grund ja was zur Hölle ist das? sie wäre längst verwandelt die will uns nur verarschen für mich sieht's verdammt echt aus was Mann was ist denn bloß los mit denen? ich brauch ne Waffe haha was war da? sie brauchen ne Waffe ja das ist richtig aber boah sind das viele Problem ist wir haben echt nix wir haben keine Waffe oh verdammt vielleicht kriegen wir ne Waffe wenn wir ihmchen da ausnacken ok wir sind wir sind relativ ja gut wir haben aber nur einen Schuss ne das ist nix da ist der nächste Vogel scheiße ok wir kriegen wir kriegen sie interessanterweise alle einzeln weil sie zu dämlich sind dämliches Volk würde ich dazu mal sagen aber es waren noch zwei Stück wo ist die kleine wo ist die kleine wo ist die kleine die ich sag ja die KI ist zu doof na sag mal läufst du nur im Zickzack heute oder was tja mein Freund ich finde dich das ist viel schöner das ist viel schöner so hier drinne waren wir ja da können wir aber bestimmt ne können wir nicht scheiße der Typ hat da Schiss kann das sein kommen wir da irgendwie sonst noch rein damit was damit hätten wir alle ohne ne Schossen Munition zu verballern das finde ich gut bloß wo lang ist jetzt die Frage was ist das hier wo denn überall ich hab noch gar keinen gesehen warum wurden wir gesehen von wo ah über uns über uns ist einer scheiße ok so viel Munition lassen sie nicht fallen mehr wo lang wo lang wir haben noch einige zu erledigen glaube ich interessant dass wir nicht einen einzigen Schuss verballert haben das finde ich supergut nicht aber nicht ohne zu dieser ziemlich abgebrüht ziemlich brutal aber was wir sie machen ist jetzt keine andere Möglichkeit als sich hier so zu verteidigen ich glaube das kann zu einem echten Problem werden wir haben schon ein Problem und wir werden es lösen. Bleibt wachsam! Findet mich! Der Kollege der ist auch echt selten dämlich ey dass sie sich auch alle so aufteilen momentan das ist selten dämlich und wir sneaken uns hier durch die gesamte Armada und die haben alle keine Chance ja bezahlen momentan bezahlt alle ihr nur ja da steht da und jetzt? Stehen sie da immer noch wie die Steinfiguren? ja ja, ist er tot okay ja, ich hab' verstanden wir überleben nicht lange im Nahkampf also sneaken können wir sie alle aber so richtig clever ist es nicht wenn wir im Nahkampf gehen Hab's verstanden. Keine Ahnung. Weit weg von den ganzen Freaks, würde ich sagen, aber... Ob wir hier jemals rauskommen? Ich hoffe es, ja. Oh Mann, wie komm ich hier raus? Was ist das denn hier? Das ist hier so eine Art... Küche? Ja, sieht so aus. Ach, das ist ein Glasschein, das hört man. Auch noch. Fuck. Muss man jetzt also auch noch aufpassen, wo man hinläuft. Fuck. Das ist ja mies. Hier kommen Leute. Hier kommen Leute rein. Irgendwas finden wir. Und dann müssen wir da hin. Oh Gott, ich ahne Schlechtes. Hier haben wir noch ein Med-Kit. Soll das hier so eine Art Lager sein? Wundert mich, dass hier noch keine... Dass hier noch keine Leute reingekommen sind. Schreibtisch ist leer. Das ist leer. Okay. Hier haben wir noch ein Med-Kit. Das ist gut. Das haben wir übersehen glatt. Was haben wir da oben drauf? Noch ein Med-Kit. Wunderbar. Das können wir alles gebrauchen. Nimm mal alles mit! Wo war denn jetzt hier der Hauptausgang? War der nicht da vorne irgendwo? Mir ist was geschafft. Schon okay. Du kannst nirgends hin. Willst du raus? Dann hol dir doch den Schlüssel. Du bist nicht infizierter. Kein Infizierter kämpft so hart um sein Leben. Oh, ich brauch die Schlüssel. Was ist jetzt, Ellie? Musst zugeben. Viel geglaubt. Ganz kurz. Hab ich sie abgenommen. Vorsichtig. So, sieh ich das richtig, dass ich von der Seite ihn jedenfalls wegsneaken könnte? Hey, Ellie. Das mit dem Pär tut mir leid. Ganz ehrlich. Ich hoffe, es tröstet dich zu wissen, dass nichts davon verkommen wird. Ach, du Arsch. Du Arschst mich immer wieder. Aha. Das ist er, Ellie. Hall& Hall& Lauf kleines Äschen, lauf. Ach, du bist er. Das ist er. Das ist er. Wo ist er denn? Da hinten, okay, gut. Hä? Ist er in der Küche? Habe ich das richtig gesehen? Ne, jetzt ernsthaft, wo ist denn der? Da ist er, okay. Oh, nein. ernsthaft darf ich ihn jetzt nochmal komplett machen okay er hat noch die marie das heißt wir haben ja so schon mal ein paar mal angehielt aber wir müssen ihnen clever clever überlisten irgendwie das ist gar nicht mal so einfach natürlich genau in die richtung wir ihnen eigentlich meucheln wollen ich glaube wir brauchen nur noch einmal zu treffen dann ist er hinüber ja Okay, beide sind ziemlich nah dran. Scheiße. Ah, lass mir Zeit. Dein fucking... Wir verballern zu viel. Wo ist dieses verkackte Restaurant? Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Oder wie wir laufen müssen. Das ist Ellys Rucksack. Ja, wir sind wahrscheinlich aber auch an der falschen Stelle gerade. Oh, scheiße. Oh mein Gott. Elli, ich steh auf. Der wird sich doch noch verwandeln, oder nicht? Ja, ich steh auf. Bitte. Ich wusste, du hast Herzen. Es ist okay aufzugeben. Es ist keine Schande. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Ich bin nicht dein Stil, oder? Ich bin nicht. Du kannst auch weg. Leck mich! Ich bin's. Hier. Ich bin's. Er wollte mich. Okay, Kleines. Es ist okay. Es ist okay. Ich bin's. Ich bin's. Nein. Was? Da. Krankenhaus. Das ist unsere Ausfahrt. Na los, Kleine. Oh Gott, Leute. Was ein fucking... Was für eine Ereignisse. Ich sag dir, an solchen Tagen hab ich immer draußen gesessen und Gitarre gespielt. Ja, wenn das alles vorbei ist, bring ich dir Gitarre spielen bei. Ja, das wird dir bestimmt gefallen. Was meinst du, hä? Ellie, ich rede mit dir. Hä? Oh, ja. Klar, das klingt toll. Oh Mann. Tja, Leute. Ich würde sagen, ich muss hier einen Cut machen. Es reicht wieder. Boah. Heftig. Heftig, heftig, heftig. Wir sind aus einer... Also, aus vielen Sachen sind wir echt rausgekommen. Echt dramatisch. Echt schön in Szene gesetzt. Und man bandt irgendwie doch mittlerweile echt mit, dass die beiden das irgendwie schaffen. Egal wie. Und man ist echt gefesselt. Das finde ich echt gut an dem Spiel. Und hat jetzt schon mal Hut ab. Kann verstehen, warum es als bestes Spiel zu der Zeit gekrönt worden ist. Mit allem drum und dran. Kann ich nachvollziehen. Und ja, wir sehen uns im nächsten Part auf jeden Fall wieder, Leute. Und haute Rinsen mit einem bekannten Grinsen. Euer Capella. Tschö mit Ö.